st schildende gute oder weil sie nicht abend früher ab ab so wie immer kacki die g die untertreten Modus wir sind wieder blau die Farbe von uns ja obwohl ein bisschen was habe ich getrunken hey spiel ihn spiel ihn nice ich habe es hier nur mit Koffe zu tun ja ramm ich halt hier das warst du gar nicht dich ramm ich nicht ich will hier nichts zu tun haben hinterher denken die Leute noch wie gern zu sein hinterher denken die Leute noch wie gern zu sein verstehe ich jetzt nicht mann toll der alte Faggot fängt schon gut an boing gut erst mal ein bisschen Konzentration nehmen ja ok ausnahmsweise da ist er so wie das Lack am Alkohol einfluss es hat und kann man sich ihre Nummer auch versauen das ist das ist der AFK oder was doch er kann es gerade erst wieder das war ein Millimeter schickes pink ich will auch pinken Bus so nein kurz ein bisschen Boost abholen wir hätten hier einen pinken Bus ja der hatte so einen türkis pinken Bus und der Knaller da der der wer ist der nochmal? zum zum guck mal hier die Runde ist ein bisschen gediegen jetzt mal sehr gediegen ja da muss man auch mal ruhig bleiben beim Spiel ne ja nicht immer so ausrasten das haben wir ja beim letzten Spiel gelernt eben ich kann mir auch mal einen geschmeidigen Abend hier machen jetzt wohl er mir den geklaut hat Wichser ey nicht salty werden ganz ruhig hey 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 ich raste hier aus hey hey ganz ruhig wir sprechen jetzt ja alle mit unserer Innenstimme alles klar besser nicht doch bleiben jetzt alle ruhig ja guck mal du hast doch schon dieses 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 behinderte Flower Power Kacke ja ja also du bist doch die Ruhe in Person alles klar ja er rammt mich hier auch noch der alte Faggot ja na klar ja auch so was macht er da? der Enter macht nen Backflip easy das war knapp das war knapp Befreiungsschlag Befreiungsschlag ich hab den Fuck doch hier abgeblockt ne ich auch ich hab sogar Parade dafür bekommen ja genau eine ganze Parade für mich alleine oh nein oh no 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 nee nee nein hey 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 ich pöller ihn voll ins Tor rein ey den alten Faggot geht dran da der eine der slidet hier auf dem Rücken rum der andere der block mich das ist verkehrt mit euch ich spiele die jetzt aber nicht schlecht ja was stehst du denn da rum? ja wahrscheinlich hab ich vielleicht auf den Ball gewartet oder was? ja genau was macht er da? Fahrgäste einladen guck mal hier Parade Parade Ritter ich hab grad wieder ein Talent es geht gar nicht ich treff hier nischt du hast Talent? ja nichts zu treffen du hast Talent du hast doch kein Talent ja doch das ist scheiße was du machst ach ach was machst du denn da? was mach Idiot den Apfel? du Apfel was soll ich machen? soll ich ihm sagen nee? heute nicht? ja zum Beispiel der ist schon wieder der alte Faggot also jetzt hier jetzt hier Drama nein da platz mir gleich der Hut gratis Er ist noch alles drin. Halt ihn hoch, halt ihn hoch, halt ihn hoch. Ah, schade. Als Knallzus wollen wir aber nochmal einen Sieg. Runde 2. Concentration. Oh, der kommt richtig nice. Der kommt richtig nice. Och, Mann. Der Typ aus Wales hat wieder nichts hingekriegt. Diese Wales? Ja, ja. Wales wird weg. Ich vermisse dich. Wir machen jetzt hier offiziell eine Suche. Wenn ihr einen Typen namens Wales never kennt. Den wollen wir wieder haben. Schreibt ihm. Gebt ihm unseren Chippen. Abonniert uns. Guck mal da. Zack. Easy. Oh. 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 Er kam zumindest gut. Ich hab ihn rausgespielt aus dem Tor. Oh. Weiter geleitet. Höher spielen. Da kommen sie ja nicht dran, die Affen. Soll ich doch weg. Ich springe doch vorbei. Ich glaub's nicht. Nein. 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 Oh. Alter. Ich mach' einen Krimi. Alter. Ich krieg' noch einen Feueraufschlag. Wahrscheinlich. Spül' mal rein. Spül' mal schön rein. Ganz geliegend. Sehr gut. Was ein bescheidest du, ey. Bumm. Schön. Jo. Warum nicht. Ah. Zup. Alter, ich glaub' ich hab' zuviel von deinen komischen Blumen da eingeatmet. Ich fühl' mich total rein. Nein. No. Jetzt. Danke. Hab' ich den rum-äh-weggewinzt. Guck's dir an. Zack. Ausgedrückt. Easy. Nicer Scheiß. So macht man das im Ghetto. Keiner da. Gerade. Schönes Tor werden können. Das müsste man mit Profis spielen. Ach. Ich rieche alle. Holger Winkel. Da komm' ich nie dran. Naja, ich bin im Tor. Schön. War doch schön gemacht. Wo fahr ich denn hier hin? Müssen wir auch mal anerkennen, wenn die Rennfahrerkollegen was Gutes machen. Zack! Ganz wie ein Huberzenschmerzen-Kollege. Jawohl, sehr gut. Guck mal. Oh mein. Bleibt die Schildkröte liegen. Hat jeder vorgestückelt? Oh, nice. Tschüss. Aber der Ball. Nimm mich mit. Oh, nee. Nicht so gut. Bro, das musst du anders gelernt. Ach. Ach. Wir fahren mit der Duff Duff. Guck mal da. Ja, wahrscheinlich. Der rollt noch. Ah, schade. Nein, rammt vorbei. Es wird vorbei. Jetzt spiel ihn, spiel ihn, spiel ihn, spiel ihn, spiel ihn. Gah. Gah. Alles eh mal. So. Nein. 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 Ich werd zu mir sagen. Ich werd zu mir sagen. Lass mal hier rangel hier. Ich. Alter, ich werd hier nicht zu mir sagen. Geh weg. Guck mal. Guck mal. Warte, 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 warte.